Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Dreams. Ihr wisst, was heißt. Wir suchen wieder ein paar neue Träume. Alosaurus Attack Painting. Also, hier haben wir etwas, das gemalt wurde. Und wenn das wirklich in Dreams gemalt wurde, alter, mein höchsten Respekt. Das sieht hammergeil aus. Warte mal, was ist das hier? Ah, eine Skulptur vom Jurassic Park T-Rex. Der sieht wirklich nice aus. Da kann man wirklich nichts anderes sagen. Der sieht wirklich gut aus. So, dann haben wir hier noch den Jurassic Park Raptor. Wir können ihn steuern. Freunde, da ist er. Ja, ja. Okay. Sprung, sein Sprung. Ist ganz süß, ist ganz süß. Ja, ja. Ach, guck mal, er kann auch einen richtig anspringen. Aha. Nee, der ist geil gemacht. Er kann sich sogar ducken. Oh, hoch gucken kann er? Ja, geil. Oh, Freunde, und der sieht bestimmt auch ganz geil aus. Der Spino. Warte mal, sah der Spino wirklich denn echt so aus? Ich glaube, sein Körper war nicht so lang, oder? I don't know, aber... Ja, Freunde, das ist ein Spino. Was kannst du, Baby? Oh. Sogar. Du machst sogar Geräusche. Und essen kann er sogar. Na, was haben wir denn hier? Wir haben den Dilo, haben wir auch. Ey, das ist doch geil. Extra sogar Pflanzen hin platziert. Und wie gesagt, der ist auch selbst gemacht. Und bei dem, also, da kann man nicht lügen. Ey, sogar sein Maul, wie das schon alleine im Detail ausschaut, wenn man näher rangeht. Da, guck mal, so sieht das aus. Wie gesagt, und dem Ganzen, alles aus seiner Haut und so weiter. Und das ergibt sich dann aus dem hier. Das ist heftig. Wie gesagt, er hat ja... Oh, doch, er hat einen halben Körper. Oh, hier, von der anderen Seite. Oh, es leuchtet sogar noch schön. Also, das ist sogar eine 1++++ mit Sternchen mit allem. Ich folge dem. Ach, guck mal, Pflanzenfresser gibt's auch noch. Tentonosaurus oder was da gerade stand. Ey, die haben bestimmt irgendetwas vor. Irgendetwas haben die vor. Ich kann's mir nicht anders vorstellen. Der sieht auch nicht schlecht aus. Brüllst du? Ne, leider, der kann nicht brüllen. Schade, ey. Okay, ich hab nichts gesagt. Beißne und Schreinkanner. Ey, da muss ein Spiel sein. Ich sag das doch. Clovery, Formations, Dinosaurus, Playable, Dynon... Dynonichus? Oh, schade, ich dachte, ich kann die anderen... Auch spielen. Oh, Freunde, da sind wir. Süß. Boah! Okay, er springt einfach nach vorne. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Hey, bleib mal ruhig da hinten. Ah, okay. Ich will erst mal mich ausprobieren hier. Oh, okay, warte mal. Wir können uns hinlegen. Äh, ausstehen bitte. Okay, und springen. Kann ich dann an die Rand springen? Ne, schade. Hallo? Wartet doch mal ganz kurz. Hey, yo! Oh mein Gott, und ich beiß sie tot. Leute, es geht. Das hatten sie ja früher in The Isle auch. Aber das hatten sie irgendwann rausgepackt. Hey, Agro! Ja! Jünger, wer ist der Boss, hä? Ja, das tut ein bisschen weh. Tut ein bisschen weh. Ist aber nicht schlimm. Oh, shit. Okay, warte. Ich hab ein bisschen Energie. Ja, ich werde sterben. Ich werde sterben. Wir gehen ab in Sicherheit. Okay, was haben wir denn hier? Bisschen Wasser. Kann er denn schwimmen? Okay, das Wasser ist nicht tief genug. Ne, aber cool. Ist doch irgendwas Kleines, Hübsches. Oh. Das sind, äh, coole Raptoren. Blue! Kommt mit, meine Kinder. Kommt mit! Ach, wie geil ist das denn? Ja, ja, Töne kennt ihr ja, ne? Die Töne haben sie halt selbst gemacht. So, deswegen hört sich das halt so an. Haben sie bestimmt vom Fernseher halt aufgenommen. Ey, guck mal. Der ganze Trupp ist da. Geil, ey. Ey, das sieht doch nice aus, oder? Archanidus. T-Rexitek. Ja, ja. Ähm. Oha. Oha. Kann man mal machen? Ich glaub, der hat da hinten so Spinnbeine, wa? Und so komische... Ja, diesen Effekt, den krieg ich nicht weg. Ey, der sieht aber wirklich gut aus. Komm in Ark rein, Junge. Ich würde dich zähmen. Alter, was ist das denn? Horror. T-Rex. Let's go. Ah, ja. Ähm. Okay, was können wir denn? Powercam können wir machen. Äh, Switch Mode. Okay, ich schau mal sehr gut. Ja, 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 ja. Licht können wir anmachen. Wir können crouchen. Okay, wir sollten die Batterie angucken. Deswegen Powercam erstmal aus. Alles klar, ein bisschen Licht. Die Lampe lassen wir aber an. Die muss... Was? Ich glaub, wir filmen nicht. Wir schauen uns das jetzt erstmal an. Ja, wenn ich weiß, wo wir hin müssen. Nee, das ist eine Sackgasse. Nee, hier, durch. Alles klar, man muss genau schauen, wo man hin muss. Aber... Ist kein Problem. Ich find... Da! Uuuuh! Hat er gerade in Dude geschrien? Bitte nicht hier reingucken, ja? Oh! Kollege? Alles gut bei dir? Ah, ja. Warte! Hö! No! Warte! Nicht bewegen! Nee, Licht aufs! Kameran, Kameran! Ich hab jetzt nicht ein Foto gemacht, oder? Nicht bewegen, nicht bewegen! Oh! Jaja, nächstes Mal nicht in seinem Weg stehen bleiben. Okay, mal gucken. Was haben wir hier? Okay, das ist für uns. Was haben wir hier? Gregory! Oh, wir können hier rein! Okay, Munition aufheben. So, ich triggere ihn mal ganz kurz. Okay, ich hab ihn getriggert. Oh, Baby! Oh, Baby! Nein! Ach, ich stand schon wieder im Weg. Lampe aus. No! Das haben wir sehen. Er dürfte mich jetzt... So, jetzt aber. Also, wenn das jetzt nicht irgendwie... Wenn ich das nicht schaffe, dann keine Ahnung. Oh Gott, warte! No! Ich sterbe hier! Ich sterbe hier! Oh Gott, ich sterbe! Ach, du Kacke! Nope, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Sag mal, ich versuche mal stehen zu bleiben. Oh mein Gott! Haben wir ihn abgehangen? Ich bin mir nicht sicher. Okay, was ist hier? Okay, anscheinend können wir da nicht rein. Irgendwas ist doch hier. Alter, ich hab echt ernsthaft gedacht. Der ist uns gleich. Okay, scheint eine Garage zu sein. Hey, aber warte mal. Wo müssen wir denn hin? Ne, hier ist nichts mehr. Oh, wir können ja weiter. Ja, wir können ja weiter. Und ihr kennt alle das Tor? Ja, ja. Jetzt... Irgendwas vibriert hier oder so. Wir kommen in den Jurassic Park. Irgendwas ist hier. Und es scheint big zu sein. Oh oh, ich hab ein ganz schlechtes Gefühl, wenn wir da durchgehen. Schade. Ich hab gedacht, er frisst uns noch. Leute, ich glaub, wir haben was richtig Geiles gefunden. Jurassic Waterfall. Warte, wir können mit der Kamera hingehen. Wir können selbst gehen. Okay, also das ist die Umgebung. Das ist dieser kleine See. Oder eher, beziehungsweise Bach. Und das ist der Spino. Und der sieht verdammt gut aus. Er hat zwar hier hinten und so weiter noch keine Schuppen. Aber sein Gesicht ist beautiful. Ey, da kann man echt nicht meckern. Geiler Spino. So sah er also vorher aus. Hübsch, hübsch, hübsch. Oh. Na, was hat er da? Na? Willst du nichts essen? Aber ist das Stück Fleisch. Is die Lofosauro. Is die Dein Sos. Okay. Guck mal, coole Infos. Have been found. In Nordamerika wurde er gefunden, seine Knochen. Und in China. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, despite es... Jaja, ihr wisst ja ganz genau, was es heißt. They could also grow to a run. 20 Füße lang. Also 20 Feeds bedeutet ja 20 Mal die Füße lang. Geht eigentlich. Geht von der Größe her. Ist kleiner, süßer. Schöner, Dilu. Ja, Freunde. Dann war es das erstmal wieder von einer weiteren Folge Dreams. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall Kommi und Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Und dann... Sheik See look at me at me at night. Sheik. I read.